So meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge BelohnsTortyFind6, was ich letztens vergessen habe, was ich noch machen wollte und zwar die Kommentare unter dem Blogpost noch lesen, weil da ist ja auch immer ganz interessantes Zeug drin. Währenddessen machen wir einfach mal Tagesordnungspunkt mal geschafft. So wollte ich hier eine Folge noch benennen, damit ich das So, ich benenne die Folge immer vorher um, damit ich weiß, was ich dann besprochen habe, weil es im Nachhinein ist es für mich einfach nicht nachvollziehen, weil ich mir die 15 Minuten nicht nochmal anhören. Das wäre ja ineffizient. Okay. Können wir hier noch irgendwas, ich gucke mal, ob wir irgendwas skillen können. Können wir hier. Zeigt, wir machen es erstmal. Wir skillen das, was wir skillen können. Ne, ihr seht ihr, wenn da was grün ist, dann können wir was skillen. Und wir skillen das einfach mal. Das ist egal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Wir machen das. Dann haben wir nämlich bald nur noch die Max-Dinger zu skillen. Wir fliehen statt, das Anti-Moor-Prakete. Holy Moly. Okay, machen wir auf jeden Fall mit. Nichts mehr, 83.000 für den Droiden. Bananenplantage. Bananenzentrale. Du willst Bananen? Wir haben Bananen. Affen-Nomie. Das ist nach einem Kredit und das ist auch nicht so gut. Also wenn, dann das hier. Kostet 120.000. Alles klar. Bäm, Alter. Richtige, richtige Forschungszentren hier. Was ich mir vorlieg, ist ein Duplikatzentrum. Eine Banane schmeißen rein, kommt drei raus. Ja, so eine Art. Cool. Und dann haben wir erstmal... Ach, das darf man auch noch. Zack. Affen-Statt. Da müssen wir fehlen jetzt überall noch die Fünfer-Skills, ne? Dann haben wir es. Was habe ich denn bisher am meisten benutzt? Na, ich würde sagen, den Droiden. Droiden und Ninja-Affen. Ninja-Affen. Ninja-Affen, alles geskillt jetzt. Der ist auch schon und der ist schon halt voll. Ja, der Droiden ist einfach im Geilsten. Ich muss sagen, der Droiden ist einfach mein Lieblings-Einheit und mit der würde ich das Spiel auch primär spielen. Egal, was ihr sagt. So, haben wir eine neue Map, die wir spielen können. Vor der Küste. Ne, ne, doch. Ne, ne, doch. Äh, genau. Vor noch ein Ziegel haben wir, glaube ich, in der Tageshaushalung gemacht. Der ist vor der Küste. Mitte. Wir könnten auch welche auf schwer. Wir könnten auch schwer anfangen. Haben wir, haben wir, haben wir noch nicht. Ah, macht es wirklich schwer. Das ist ziemlich schwer auf schwer. Aber wir müssen langsam anfangen, ne? Und wenn ich jetzt hier, könnte ich jetzt quasi die alterlichen Blumenrunden spielen oder nur Zauberaffen, halbe Start, doppelgesundheitspunkte, Moabs und Platz bei Schimpansen und Sandkasten. Ja, ja, kann man eine ganze Menge spielen danach noch. Aber wir machen erstmal die normalen Medaillen. Dann fangen wir hier mit schwer an. Das heißt, den kann man ja meist nicht entfernen, die Windmühle, ne? Das ist voll nervig. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte, ne? die liefen führer der kostet 43.000 er hatte mir die fünf gerade bei 9000 gekostet heftig heftig muss man den plasma auf dem club machen würde ich sagen fangen wir mit dem an fangen wir damit an ja klar gleich in der ersten runde fast ein verloren ein leben okay oh mein gott ist das schlechte sind die wohlfallaffen schlecht wer kann ich das euch nicht sagen nochmal das eichen herz kostet jetzt weniger 280 statt 380 kostet der 100 weniger durch den punkt den wir investiert haben was sehr sehr cool ist edit ist ja überall knapp ja das ist doch scheiße das gibt es doch nicht ich kann euch jetzt schon in der runde viel leben verlieren alter es wäre unmöglich undenkbar btl 5 gewesen das unmöglich ist das alter das kann nicht sein dass das hier ein schwieriges game geworden ist cool verkleben wir hier noch jemanden 2 blutbeschichten dann die klebstofftränke noch danach der ätzende klebstoff wahrscheinlich das okay was haben wir ja einen kommentar noch der seite noch zu dem injaport sind zu dem blog post kurios zu see what pt5 updates will entail i get the feeling day mostly befor finishing of the tower skins so i do hope silver and golden project has made in also er hat das gefühl das hat nur noch die tower skins beendet werden weil ja noch einige fehlen aber ich glaube große updates wird es für btdw echt nicht mehr geben das wäre das wäre unsinn will btd6 decrease in price over time also vielleicht werden wir auf jeden fall die die antworten der nächsten im nächsten blog post lesen vor hier ist bt6 a frog monkey sounds cool ein froschkönig ein froschaffe naja nach und frosch gekreuzt muss hässlich aussehen was haben wir hier noch für ein paar kommentare vieles über sas5 also ich kenne das gar nicht special assault sas5 oder sas4 das ist das game so beliebt der zombie assault 4 ein bisschen aufs team an da würde ich sie auf steam spielen von ninja kiwi weiß ich nicht vielleicht spielt es ja auch so ist ja ganz cool also sei ja ziemlich beliebt sein so ein top down shooter ist das das ist so gut ja ich probiere es einfach mal nicht so ich installiere es mir kostenlos special jetzt habe ich den namensteller vergessen zombie assault da einmal runterladen donnerherz bam ja ich weiß ich spiele schon wieder mit dem droiden aber ist halt so 344 mb ist es nur groß ist ja süß die 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 dann schauen wird das man so schönes war machen jetzt schönes langsamer regenerieren ja gerade ist wichtig die hat ja verendet gegen auch wenn man es erzählt das ist sehr gut als der krebsstoffe nicht verkehrt stufe fast stufe 3 gelevelt ich werde echt irre alter ich habe kein geld dafür alter oh mein gott ich würde dass die neu starten bin ich scheiße in dem spiel unglaublich ja mit dem maler schiff es euch ganz cool gewesen weil man bisher noch kein leben verloren man muss erst nicht okay mal diese mühle ist voll nervig das ist eine einfache mission die voll schwierig weil diese ganzen gebäude im weg stehen die uhrzeit die echte zeit an das ist hier entweder ist es 14 25 oder es ist 17 uhr 10 und das beides nicht das ist 10 uhr 24 wo wir wirklich bock drauf hätte wäre noch mal dieser komische blitz nach der geschleudert wird vom droiden er ist schon echt gut aber ich glaube wir machen es noch die bananen plantagen ist glaube auch wichtig ich bin super kräfte oh mein gott knapp super knapp ok was brauche ich denn hier bin so kacke eine nagelphobik erst mal die nagelphobik kann nie schaden dann nachher bis immer gut ist das heftig wirklich das ist so heftig wirklich ich kann dazu nicht so viel sagen ach man acht noch dazu mit dem schimmer schimmer war gewesen unten vorher gute feuerweil jetzt haben wir es mal eine gute die fans erstmal eine gute die fans wollen wir gleich noch eine zweite plantage hin damit der bauer ein bisschen was zusammen hat ich habe sich hier langweilt ja auch doof so will the druid and alchemists be brought into btd battles in an update or is it going to be in btd battles 2 ok also ob der druid und alchemists auch hinzugefügt wird sehr neue türmchen sind mehr mehr geld wie viel range hat er hat er hat eine riesige range der der bananenbauer habe ich verloren ich habe verloren gg war schön gewesen oh mein gott ich bin so kacke in dem spiel kann ich mich bitte löschen gehen ey alter das kann doch nicht wahr sein ey wie kacke bin ich denn und schmeißt mal bitte die dings sachen ey vielleicht zu viel geld in die bananenpantage investiert ist einfach mal 6000 gewesen über 6000 kann nicht schlechter das muss noch besser wenn das muss viel besser ich darf nicht ein einziges leben verlieren woran lags an dem an dem ding sind da was kann ich denke machen dafür von der afpflieger aus reinhauen um ein bisschen erfahrung zu sammeln war jetzt die frage kampfflugzeug ja nochmal kampfflugzeug da sehe ich dann noch keine moabomben aber auch nicht schlimm kommt schon noch ich gebe wahrscheinlich zu viel für die bananenpantage aus aber wenn ich es nicht so früh mache dann lohnt sich das hat nicht mehr sind jetzt sind jetzt nicht mehr war also continue benutzt und gott ja das muss noch besser werden weniger ablenken lassen wohl bitte die 6 aber go on the 6 ever go on the ninja kipps hat also von sofort auf der internetseite spielen kann ich gehe nicht davon aus freutet das ich denke das ist zu hart das game von der anforderung her 3 3d halt im browser verschwinde du moab ach so der super ja ok so machen wir hin ich hab voll bock drauf mehr reichweite und dann den kugelwitz der ist halt das geile daran der schmeißt dann hier entlang und der trifft dann alle und hier schmeißt auch nochmal entlang nach oben tut auch nochmal alle da freue ich mich schon drauf komm her kugelwitz los ja und er schmeißt natürlich zurück das auch wichtig so kommt ganz wichtig nach dem dorf hin damit jeder hier auch dings sehen kann wir haben lohnt auch wenn ich jetzt nicht wüsste wo ich das hinschmeißen sollte aber ich denke hier hin das ist schon ganz ok aber wachstumsblocker das hier die hessischen die hessischen rego ist nicht mehr nachwachsen im bereich wir müssen sie auf jeden fall vorbei nochmal kontinuier kann mir nicht erlauben aber ich kann plus mehr machen in der runde das wäre echt peinlich so machen wir noch wertvolle bananen wenn wir noch fünf dollar mehr ein pro ja das hätte ich gerne der 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 dings der komplett durch fliegt durch alles das ist schön ok erfahrung soll man mal hier mit nekromanten platz aber auch gleich noch da laufen die schon gleich mal entgegen hier das ist doch so cool aus ja ich könnte hier für den droiden 5.400 kostet das ne könnte ich auch nicht machen kostet zu viel der waldgeist ist schon auch geil ne jetzt schon bock auf den waldgeist hm was macht er an sich doch ein waldgeist hm 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 oder oder sind die leads ja ja erstatt enquiert lusion wir machen kurzeickerne pause dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder von btd6 ich hilfe zu sehen und bis zum nächsten mal cd Ciao!